Hallo, ich bin wieder euer Pixluka. Wir sind gerade mitten in einer Runde von Paladin. Nein, ich werde dich dieses Jahr an sich verdanken, danke. Wir spielen erobernd, scheiß Modus, ja und ich weiß nicht, also ich weiß schon wie der geht, aber kein Bock. Ja, äh, Modus ist komisch. Ui, ich habe vorher von einer Sekunde herausgefunden, dass man das Pferde springen können. Oh nein, Gegner! Arten, 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 Arten! Ich will nicht allein sein, ich hab Arten. Ist er nicht tot? Nein, dieser kleine Bastard. Hat er aber auch nur verdienter. Oh nein, ich hasse es, wenn ich von Kinesa eliminiert werde. Ich komme euer retter und du weißt schon wie weit unsere gegner schon beim obern sind gell Wollen wir uns vielleicht nicht mal Darum kümmern dass wir unseren ja finesse hat nicht voll weg ist hat Okay gut Diese runde werden wir vergessen okay Krass gemacht Wie heißt der noch mal? Oh fuck ey Digga hast du mal geschaut wie viele gegner da sind Bei dem Ziel was die verteidigen müssen Eine tausend Trilliarde Falls du sagst es ist kein wort doch es ist ja wohl ein wort Wie soll so eine fette Schildkot auf so einen dünnen Pferd reiten also wirklich mal ist nicht ein bisschen Tierquälerei Nur so ein bisschen als keine Frage Ja ich weiß Naja vielleicht hat man dich ja vielleicht nicht das ist mir jetzt nein ist mir nicht egal aber trotzdem Als ob ich von diesem Magier getötet werde Also ich glaube dieser Modus ist jetzt schon verloren für uns Er ist jetzt schon verloren Kamen ist das zerstörte Scheißauto Ja und ich verkackt Ich treff mal wieder jeden Schuss Kacke Egal Ja natürlich lags nicht an uns Okay Wenn diese Scheiß Eist Imani aus unserem Team Besser war als ich mit Imani Dann Dann bring ich sie um Oh ja genau Oh ja genau das sieht man nochmal wie ich umgebracht werde Danke Danke Killcam Ich liebe euch Kacke 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 In jedem um eins besser als ich Ey die war wirklich in jedem um eins besser als ich mit Lecks Das ist peinlich Imani Ich glaube ich hatte schon mal geschmied Ich glaube ich hatte schon mal geschmied Ohhhh Okay gut Schießen geht So baue ich ein Schild auf Gut L1 Okay gut Und er ein Ahhhh Scheiße Ja Ja Was gehts Lang warum Really Haben wir endlich mal Zeit Dann Dann sowas Jetzt finde ich nicht okay Aber ein Sieg schaffen wir noch okay Diese Runde wird ein Sieg 3 2 1 Ja Diese Runde wird ein Sieg auf Ansage Okay ich hab den Start verkackt Es wird kein Sieg Aber Trotzdem Man soll nicht an seinen Träumen zweifeln Und ich bin runter gefallen Haha Digger Haha Tschüss Tschüss du Loser Ahhhh Man kommt ja aus Battlefield und direkt aus dem Battle Warum wohl? Hm vielleicht wird es Battlefield ist Geil und die Gegner haben eine Imani Tschüss ich spiel nicht mehr mit Ist es okay? Ist es okay? Ja Ich kann Ich kann mit dem noch nicht umgehen Habe ich gerade jemanden hier liegen? Nein Natürlich Natürlich Er wird mir immer abgestoppt der Kill Immer Immer Wo sind die Gegner? Martin Hältst du auch schon nach Gegner? Digga du mobst mich gerade wegen meiner Größe Weißt was du für ein scheiß Menschen bist? Also im Spiel meine ich jetzt nicht in der Realität In der Realität bist du klasse echt ja Super Super du bist ein toller Mensch in der Realität Wusstest du das? Wie toll du bist? Ja Ne Nein Spaß Nein 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 Zuhause Ey Schnell Schnell Warten 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 Ey warte Gut ich habe jetzt ein extrem gutes Schild Ich schmeiß mich aber jetzt nicht in die Gegner vor dich okay? Weil das ist mir einfach scheiß egal ob du stirbst oder nicht Haben wir das geklärt? Gut Keine Ahnung Ist halt dumm gelaufen jetzt Genauso wie Also meine Eltern haben mir immer gesagt Ich war ein Fehler Ne Spaß Ich bin ganz ein toller Mensch Und ich werde gerade hier gesniped Das heißt einsetzen Das macht nochmal deutlich wie toll ich bin Ich kann so viel in meinem Leben erreichen Ah Ich vergesse dass ich keine Schon von drei Leuten getötet Das ist nicht mehr lustig Ja was wo ich bin ich da ich bin tot Danke Schnell 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 wir müssen unsere Ladung abliefern Wir müssen unsere Bomben von 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 Wenn direkt hinter den Gegner ist und du es nicht blickst, das ist der tollste Moment in deinem Leben. Wir verkacken gerade einen Punkt. Ey, wirklich. Es ist doch kacke. Es ist scheiße. Ach, Verlängerung. Schnell, Verlängerung. Scheiße. Nein, ich will nicht jubeln. Game. Ey, ja. Die Verlängerung hat sich... Es ist alles deine Schuld. Deine Schuld. Deine Schuld. Und deine Schuld. Und weiß, wer super war, du. Ja. Ja, es ist toll. Hat mir auch so eine Magie gegeben. Hätten mir einen Kampf einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Meinen ja nur. Ach, weiß, was noch krass ist? Die Gegner haben es einen Punkt bekommen dafür, dass wir verkackt haben, unsere Ladung zu schieben. Ja. Ich bin doch nicht dafür, dass wir verkackt sind. Gut. Ja. Zucker, warte. Nein, Mann. Laber nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's niemals aufgeregt. Ich hab's niemals aufgeregt. Dann kann sein, dass du irgendwie... Aus irgendeinem Grund ist es geschafft, das dein Pferd zu deaktivieren. Also, ich weiß nicht, ob es geht, aber... Irgendwie glaube ich, dass du es ein bisschen geschafft hättest. Wenn es möglich ist, hast du es geschafft. Weißt du was? Nein, ihr könnt mich mal. Ich werd diesen Platz hier nicht verlassen. Der ist... Hallo, der ist bester Platz in Bestwelt. Hinter mir sind Gegner, glaube ich. Ich bin tot. Hat jemand noch den Punkt von uns... Natürlich. Natürlich wurde ich mir wieder gesnipet. Wie rumgetanzt bin. Falls diese Aufnahme online kommt. Ey, du wirst mich auslachen. Allgemein, diese ganze Runde ist gerade nur scheiße. Nein, 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 die nehmen was ein. Marten, 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 Marten. Ach, du bist tot. Mates, 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 Mates. Komm schon, komm schon, komm schon. einnehmen 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 oh cool kann das kaufen im shop ich mag was kaufen ich mag ja was kaufen ich häng fest ich weiß nicht wie es der geht ach die falle kann jemanden zum festhalten bringen hör auf tim komm schnell martin 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 ich brauch dich ich sag ich brauch dich hast du verfreut daran zuzusehen wie ein kobold getötet wird man da wollte ich mal einen coolen kill machen nein ja keiner braucht solche hat keine scheiße nicht mal mit einer shotgun treff ich danke martin du toller heiler ich heil mich gerade selbst tschüss ich verstecke hier nein machen wir gewinnen das match wenn wir jetzt noch mal ein punkt holen haben wir einen schon gewonnen gut warten kommst du martin aktiviert weiß dass meine old kann ja ich habe nicht schön ich habe steht ich habe steht über alles schnell geht die gegner jetzt noch einseitig gut 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 und vom gegner iman imani imani hat und imani hat 0 imani hat die old schnell töten 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 perfekt schnell 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 die angstreich wir sind gleich da Leute Nein, Yamadilla hat das Schieben verkackt Und ich bin noch gestorben in den letzten paar Sekunden Martin 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 Wir müssen die Eroberung jetzt gewinnen, gell? Meine Liga Ich weiß nicht, was das bedeutet Gegenstelle kaufen Schildstärke auf eine Trilliarden 10.000 Heilung Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen gepusht in dieser Runde Das heißt, was kannst du das machen? Ah, cool Lohnt sich die? Ähm, wie viel hast du? Jetzt insgesamt Ist das jetzt so viel oder immer noch nur so 32 GB? Ja, ich habe mich informiert, wie viel Speicher so eine Switch hat Keine Werbung Gut, ey, Viktor Ey, wir haben einen Viktor im Team Du gehst down Knäser Ich versuche den Punkt einzunehmen Meine einzige Mission im Leben ist es, den Punkt einzunehmen Kill abgestaubt natürlich Mal wieder So, Schild ist Ziel eingenommen Äh, Martin Komm zurück, komm zurück Martin, komm Schnell Es geht um den finalen Punkt Nein Martin Tod, perfekt Oh, ich habe einen Kill Ich habe einen Kill Nein, nein, nein Nice Ich halte mich viel schneller Diese Buffs lohnen sich mega Du musst hier echt mal Du musst dieses Auto kaufen ausschalten Es ist echt nicht gut, das Auto kaufen Geil Wir haben noch zwei Minuten Geil, ich treffe mal wieder nichts Hit, hit, hit Aber auch so eine Entfernung Ja Danke Perfekt Martin, Martin, renn, renn zum Wagen Kümmer dich nur noch um Schieben Imani hat mich gekillt Mit was für einer Einstellung spielt die? Digga Die ist ja komplett lost Mit diesen Einstellungen Egal Gut, gut, gut Wir haben noch Wir haben genug Zeit noch Der Wagen ist fast da Leute, wir schaffen das Leute, Leute, Leute Perfekt Gut, gut, gut Schnell, schnell, schnell Wir müssen uns beeilen Schnell Fuck über mir Egal Ich heil mich grad sehr schnell Äh, ja Wir sind tot wahrscheinlich Bei dieser Kack Bei dieses Kack Junge Teil Fies Okay Imani hat mal wieder ihre Old Offen Nein Ey Nee, oder? Ja, äh, wir brauchen wahrscheinlich die Verlängerung Warten Renn zum Wagen Ich bin überall hängen geblieben Ich bin komplett lost Komm schon in die Verlängerung Nein, was? Keine Verlängerung? Nein, weg Weg, weg Ich mag mich noch in den letzten Sekunden sterben Oh, live gerettet So, Mann Es ist vorbei Du hast mich schon überzogen Nein Perfekt Ja Ja Es steht 3-3 Wenn wir jetzt hier Wenn wir das Wenn wir den Punkt Jetzt hat er ein Josch, jetzt die ganze Zeit eine Runde, gell? Ist ja schon klar Das ist erobern Da gibt es halt nun mal mehrere Runden in einer Runde Gut Wir müssen den Punkt einnehmen Wir müssen den Punkt einnehmen Und wir haben gewonnen Leute Nutzt mein Schild Nutzt mein Schild Perfekt Gut Gut, Leute Nice Teamwork Guter Teamwork Scheiße, Scheiße, Scheiße Ich bleibe im Punkt Ich bleibe im Punkt Achtung, ich aktiviere gleich meinen Mega-Schild, okay? Und aktiviert Gut, gut, gut Wird das der Sieg? Easy Sieg Ich hab's doch gesagt Das wird ein Sieg Auf Ansage Ich Junge Vielen Dank.